Hey. Hi. Sie haben sich eine echt super Gegend ausgesucht. Sieh mal, neue Nachbarn. Wow. Wen haben wir denn da? Ist das eine Studentenverbindung? Wir müssen mit denen reden. Und wir sagen übrigens, macht nicht so'n Krach. Nur sagen wir's dir nicht so, sondern eher so. Macht nicht so'n Krach. Sag's einfach nochmal. Was? Das ist irgendwie nicht cool. Macht nicht so'n Krach. Sag's einfach normal. Hey, Homies. Also, wir würden euch bitten... Macht nicht so'n Krach. Wenn wir zu laut sind, kommt zu mir. Ruft nicht die Bollen. Okay. Und ich sag den anderen, sie sollen... Ja. Seid ihr bereit für die Show? Los, ruft die Polizei an. Nein, das ist so spießig. Mach es anonym. Gute Idee. Die machen die Drecksarbeit für uns. Ja. Oh, Scheiße. Er hat uns verpfiffen. Sie haben sich über die Nachbarn beschwert? Nein. Nein. Wir haben Anruferkennung. Wir sind die Polizei. Scheiße. Heute hat man Anruferkennung. Ihr habt einen schlafenden Riesen geweckt. Willkommen in der Hölle, Bitches. Unsere Bälle sind so fett. Aha. Läuft sich voll schwer. Das ist Buchsbaum. Der ist teuer. Edward mit den Scherenhänden war dann. Lad ihn doch erstmal zum Essen ein. Dieser Scheißbusch. Was hast du da im Mund, meine Süße? Ist das ein Ballon? Das ist kein Ballon! Das ist doch! Hilfe! 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 Diese Studenten haben aus unserem Auto alle Airbags gestohlen. Das ist merkwürdig. Warum klauen die einfach unsere Airbags? Das hier geht doch eigentlich! Anzeige bei der... Der Tapsi liegt nach Pumpen vorne. Ihr habt keine Ahnung! Nicht mit uns! Boom! Boom! Ich kaufe mir eine beschissene Knarre! Nein, das tust du nicht! Ich kaufe keine Knarre! Meine Eier! Ja! Ich bin nicht mit uns! Ich bin nicht mit uns! Ich bin nicht mit uns! Willkommen in meiner Hölle, Bitches! Ich zeig's euch! Boah! Alter, wir haben den Airbag verpasst! Der Ausmixer! Untertitelung des ZDF, 2020